Sind das Steckdosen? Oder kann man da draufdrücken? Sind das so... Oh! Ich glaub, die Toiletten sind ein bisschen falsch montiert. Das wird schwierig mit dem draufgehen. Hast du was gedrückt? Ja, ich hab einen. Ah, ich hab nur noch so eine Sphäre, so einen Chor. Was war das für ein Knopf? So ein großer roter, oder? Genau, ja, die sind rot und die müssen wir alle grün machen. Wo f*** ist das hier? Oh, ich hab auch einen. Dann ist noch einer. Das läuft doch gerade wie geschmiert. Ja. Ist das wie ich da hinten? Hm, keine Ahnung was das war. Oh, da ist noch einer. Komme ich da dran? Okay, da komme ich... Ich sehe den Knopf, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Manchmal muss man springen, da muss man halt kurz etwas lauschen sein. Ah, crouchen. Ich hab was gefunden. Yes. Okay. Nummer 3 gedrückt. In dem Raum war jetzt kein Knopf. Alle Knöpfe... Ach, alle Knöpfe. Wir müssen mehr wie 3 finden. Ja. Ja. Ich war jetzt auch irgendwie bei 3. Ich denk mir, ja, jetzt haben wir direkt geschafft. Ich hab hier nicht so viel Zeug. Ist hier ein Knopf? Nee, der Sandgaf ist hier. Sie hat aber kein Knopf. Ich hab einen. Nice. Was? Fuck, wie komme ich hier wieder raus? Wie viele der Patienten das? Weiß ich nicht. Ah, hier wieder hoch? Kann ich hier? Nee, ich kann hier nicht hoch. In diesem Raum ist der Knopf, okay. Wir haben schon mal einen Verbandskasten, wenn uns was passiert. Hey. Zum Glück ist das Viech nicht da. Also bis jetzt nicht da. Das ist mir so nervig. Wir sind halt schön leise. Uh, da ist Knopf. Das ist mir zu leise. Das ist gar kein Geräusch. Ah, ich find's ganz angenehm. Nur am meckern. Nur am meckern, die Frau. Oh, hallo. Hör auf damit. Pfui. Oh ja, ich weiß, ich laufe ist okay. Geh weg. Okay. Wann kommt dieses ganz schreckliche Level mit dem roten Gang? Weiß ich das nächste? Weiß ich nicht. Ich war noch nie so weit. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass es kommt. Ich habe das erste Level allein noch nicht geschafft, weil ich mich komplett verlaufen habe und nie einen Ausweg gefunden habe und dann hatte ich keine Lust mehr. Ja. Hier sind so komische Labyrinth Level und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier durch zu marschieren. Ja, so genug hat eben ja bei mir der Hund und wollte mit mir kuscheln. Oh, hier ist ein Hund. Ja, der Schwarze. Ja. Ja. Ja, du meinst nicht, dieses komische Fisch, das durch die Gegenwart. Das ist ein Hound. So halb Hund, halb Mensch sollte es darstellen. Das ist ein arbeitsloser Zirkusaffe. Das ist so ein Genastik-Dud. Mit dem Ganzkörperkondom in schwarz. Deswegen ist es ja so flexibel. Rotisch Level 6? Okay, vielen Dank. Dann haben wir noch zwischendrin eins. Level 6. Okay. Ach, da bist du dabei schon. Da warst du schon? Okay. Aber ich habe da nichts gefunden. Bei dem Raum auf der Seite habe ich eigentlich alle Knöpfe, also müsste es nur noch auf der anderen Seite was sein. Dann habe ich übersehen, das kann auch sein, das will ich nicht leugnen. Also da, wo ich gerade rauskam, habe ich was gefunden. Ich glaube, aus dem da oben, wo du rein wolltest, war, glaube ich, nichts. Oder ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Bin mir nicht sicher, ich habe nichts wieder vergessen. Und in jedem Raum hast du was gefunden, oder wie? Wir haben alle Knöpfe. Du hast alle, okay. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Unsere Frage, hat sich irgendwas aufgetan? Vielleicht das Tor am Eingang? Vielleicht müssen wir jetzt da wieder zurück? Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie das Layout von dem Ding war. Alles gelöscht, keine Informationen. Wenn du da raus und dann singst, oder? Nein, deine Freundin hat was vergessen. Okay. Du hast was vergessen. Das steht in meinem Chat. Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen. Das steht immer im Chat. Okay, der ist grün. Was habe ich vergessen? Einen Knopf würde ich mal tippen. Das ist immer schön in meinem Chat. Leute, die das schon gespielt haben. Die können wir sagen. Ja, schon. Irgendwie. Was vergessen. Ist man das ganze verloren. Ja. Oh, guck mal hier denn durch. Ich habe ihn gefunden. Was? Ja. Osra. Ich muss hier nur wieder rauskommen. Ey. Ich bin zu fett. Geh doch. Und jetzt? Ist irgendwas aufgegangen? Ah, genau hier. Ah. 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 Was ist aufgegangen? Ist hier irgendwas aufgegangen? Ah. Was ist aufgegangen? Ist hier irgendwas aufgegangen? Weiß es nicht. Am Anfang schreibt Bart. Okay. Ah. Dem Hund hinterher. Mhm. Oder auch nicht. Er kommt zurück. Er will auch ein bisschen Liebe und Zärtlichkeit, der Hund. Guck, der macht ja gar nichts. Der will einfach nur ein bisschen Liebe. Der will einfach seine Ruhe haben. Der hat gerade irgendwie einen Rausch des Todes und geht auf alles, was Krach macht. Ha, ha. Nur mit dem Kater. Achso, hier vorne war ja noch eine, 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 eine Steierschutztür oder so. Ja. Nicht halten. Hm? Warte mal kurz. Ja, jetzt kommt er. Der hat auch ein Beißen. Scheiße, nein! Er hat dich geknuppert. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich ihn geärgert habe, hat er dich gefressen. Ah. Er hat einmal einen schlechten Tag gehabt. Ah. Oh, eine Treppe. Was ist das hier? Was? Kommt der hier auch hin, oder? Ich glaub nicht. Bist du auch bei der Treppe? Ja, ich komm. Achso, ich, ich dachte, ich werde ich nachgezogen. Ich geh einfach schon mal runter. Oder es ist SCP, dieses Treppenhaus-SCP, wo ganz unten irgendwas sitzt, das dich tötet. Das ist irgendwie Edget so lustig. Weil es sich random tötet und nicht immer an bestimmten Punkt. Immer so, wer kommt am weitesten nach unten und wer stirbt halt einfach als letztes. Geht aber weit runter. Kann man hier einfach hier runterspringen? Ich glaub, dann wärst du tot. In Roblox wird man keinen Fallschaden. Oder in den wenigsten Spielen in Roblox. Aber das ist doch so eine Sphäre. So ein Ding. Hey. Vier von acht, die Hälfte habe ich. Mit F-Taschenlampe, ja. Es war hell genug. Hier sollte ja jetzt eigentlich auch kein Monster sein. Ich glaub, hier können wir einfach jetzt ein bisschen entspannen und chillen. Yay, Pool-Party! 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 Yay! Wir können höchstens wahrscheinlich ertrinken oder so. Ja, das geht. Was muss man hier tun? Und das Wasser sieht nicht gerade sauber aus. Ein bisschen, ein bisschen algig. Keine Ahnung. Ja. Ein bisschen grün. Gibt's was, weil du Tastig wolltest rennen? Ha? Sag ich, ihr wollt rennen und hab aber gequatscht? Ich hab mich falsch Tastig drückt. Okay. Jetzt haben wir hier. Wo hoch? Wo oder rüber? Da ist ein Zettel. Nee, das ist kein Zettel. Das ist ein Spind. Kann ich das aufmachen? Kann ich nicht. Was suchen wir jetzt? Einfach einen Ausgang. Jetzt was? Jetzt gleich rechts oder links? Also hier den Wassergang entlang. Das ist ein sehr ungünstiges Schwimmbad mit diesem langen Becken. Ja, das wäre cool, wenn hier so Strömungen drin wäre oder so. Das wäre doch für einen Schwimmbad echt cool. Ja. Ein langes, dünnes Becken, wo dann einfach eine Strömung drin ist. Mhm. Oh. Ich bin immer schon lang gerannt, das wäre dunkel. Aber du hast auch Ma? Ma bist du Black Furso oder Ma bist du Fenneke Luna? Das kann sich nicht entscheiden, was du bist. Oh lol, was ist das denn? Geht sie runter? Ja. Das sieht aus, als wäre das klar, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir drauflaufen kann. Ich vertraue in der Hinsicht Roblox so gar nicht, ob das Glas auch nicht Glas ist. Es geht. Guck, ich habe es gemacht. Ja? Okay. Es geht. So, nun wirst du ja eingebrochen. Das wäre nicht mein Problem. Ich traue in der Hinsicht Roblox nicht richtig, nicht wirklich, dass Collisions richtig gesetzt worden ist, weil Roblox ist da echt ein Wirt manchmal. Ich glaube, wir müssen da hinten durch. Wo hinten durch? Komm mal zurück. Das ist an der Während. Ach, da hinten geht es weiter. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Irgendwie diesen Röhren müssen wir, glaube ich, irgendwie folgen. Aber ich habe immer die Angst, dass eine von diesen Pandeln ist. einfach durchfällt. Hier ist noch ein gelbes. Es sind mehrere gelbe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt herkommen, oder? Oh, wo bin ich geworden? Ich habe keine Ahnung, wo ich war und wo ich bin. So verwirrend alles. Das hat auch absolut nicht meine Stärke, irgendwo aus irgendeinem Labyrinth rauszukommen. Äh, ich bin am Anfang wieder. Ja, das sind nüßig. Wer erst als Ausgang findet. Ich bin wahrscheinlich noch ein paar Tage hier im Kreis. Hast du gepfiffelt? Nein. Ich weiß nicht. Dann wird es lauter und dann heißt, ich bin richtig. Oder? Pfeifen war gut. Hinter dir? Hinter mir? Ich glaube, das war dort. Ist halt immer ungünstig, weil der Chat und so ist ein bisschen zeitversetzt, bis du mir sagst, hinter mir bin ich schon mal nach Ewigkeit weitergelaufen. Ich glaube, das war dort. Ich habe wieder ein gelbes Rohr gefunden. Ich weiß nicht, ob es selbe war. Ich habe eine graue Wand gefunden. Ich habe auch einige. Ich glaube, ich bin hier neu. Hier sind viele gelbe Rohren. Ich glaube, hier war ich doch schon mal. Uh, uh, hier ist anders? Zurück? Am Anfang? Oder weiter? Geh ich neu. Schon mal weiter. Oh, ich habe einen Ausguck. Ich bin schon mal woanders. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich bin nicht im Kreis gelaufen. Nicht nur. Das wäre cool, wenn man irgendwie Pfeile oder so machen kann. Also einfach mit Sprühfarbe oder so. Ja, das wäre cool. Mit dem einen Back-Room-Gay ging das ja. Da hast du auch Sprühfarbe gekriegt. Ja, ich weiß, aber mir darf man sowas nicht in die Hand geben, weil da weißt, da kannst du natürlich denken, was dabei rauskommt. Ja, gut. Ja, gut, wenn ich spiele, muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass das TWS ist. Ja, klar. Natürlich. Wo ist Pfeil? Aber ich habe jetzt, ich glaube, es ist aber leiser geworden. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh, ich habe etwas Neues gefunden. Vielleicht finde ich ja den Ausgang. Kann ich nicht mitziehen. Oh, ähm, ist der Ausgang ein bisschen glitschig? Dann habe ich ihn nicht gefunden. Wir werden sehen, was passiert. Ja. Du hast es gefunden. Ja, du hast es. Nice. Ne, jetzt kommt dieses Level One, da bin ich nicht gut drin. Das Rote? Ja. So rot ist es gar nicht. Ach, das ist der Scheiß. Eine Zeichnung. Okay, hier ist eine Zeichnung mit zwei Leuten in der Höhle. Ähm, sollen die Stalaktiten so aussehen? Die sind mir sehr nach Zähnen aus und nicht nach Stalaktiten. Das sind nicht Stalaktiten? Das sind Stalakniten, die zeigen von unten nach oben. Das sind Stalakniten. Aha. Ich dachte, die Stalaktiten wären von unten statt von oben. Ich kann mich ver- Hey! Oh, Jumpscare! Lola, hör auf damit! Lola! Ja. Da ist irgendein Monster drin. Ja, hier habe ich gerade einen Hut bei mir. Das ist ein Monster. Ja? Du kleiner Kobold. Du kleiner Kobold. Was ist denn los? Draußen vom Händler sind Leute. Das ist schlimm. Das ist furchtbar. Ich weiß. Was muss man bei dem Monster machen? Was für Monster? Ich habe noch gar nichts gesehen. Was? Das Monster kann sich in euch verwandeln, wenn er dich tötet. Ah, okay. Er tötet dich. Ah, das ist ein Stalker. Okay. Also kann ich nicht sicher sein, dass du du bist. Willst du mich fressen? Nein, ich will mich fressen. Bist du dir das sicher? Das klingt mir echt nach Stalker. Bisschen sass. Weiß ja nicht. Hey, ein Stalker haben wir doch auch in unserem Spiel. Ja. Ist das das gleiche Model? Ne, wahrscheinlich eher weniger. Das habe ich jetzt selber gemacht. Okay, das war eine dumme Frage. Ist das das gleiche Model? Hat das das Model selber gemacht? Oder hinten läuft was? Ja. Ähm, geh weg! Du bist nackig! Ich sehe dich. Kann ich dich irgendwie hauen? Okay. Wir hätten vielleicht wegrennen sollen. Okay. Ich glaube, jetzt willst du gleich mich fressen. Ja, nur noch ein Leben. So ungünstig. Ey, anstatt ich wegrenne. Nee, ich guck mir deine Monster an. Was macht das? Was tut das? Es sah aus wie du. Es sah entzückend aus. Ja. Also bei mir war es nur nackt. Das war nicht so nackt. Aber als es auf mich zukamen, sah es aus wie du. Also ich würde mir jetzt nicht mehr trauen. Ich würde von mir weglaufen. Da bist du. Was? Hä? Ach so, das war nicht. Boah, okay. Aber es hat mich doch gefressen. So sieht es aus wie du. Okay, das bist du ja nicht du. Ich bin jetzt auch tot tot. Kannst Back-Take machen. Aber du kamst mir gerade entgegen, aber es hat mich doch gefressen. Wieso sah es dann aus wie du? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es mich auch gefressen hat. Ja, okay. Na gut, das war mir nicht bewusst. Wenn du jemandem begegnest, dann weglaufen. Ist nicht gesund. Ah! Oh lol. Ganz schön. Okay, läuft nicht mehr. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh, da sind mehrere. Da waren drei Stück. Äh. Okay. Ich würde mich für heute ausklicken, wenn es okay ist. Okay. Dann spiele ich noch ein bisschen Demon Hunter. Ja, ich habe morgen wieder Uni. Ja, ich muss morgen arbeiten, aber erst am Abend. Ja. Dann können wir halt um 6 Uhr aufstehen. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß, gell? Ja. Und dir dann gute Erholung. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, gell? Bis bald, macht gut! Und tschüss Chat! Spass euch noch! Spass euch noch! Du bist ja gleich! Du bist ja gleich! Du bist ja sehr gut! Genau, du bist ja gleich! Du bist ja gleich! Bis zum nächsten Mal.